Hi Folks, ich bin Joachim aus Berlin und ich habe mit Dubi die letzten drei Tage eine Tour gemacht, eine super Tour, inklusive Desert Challenge und einige Offroad Passagen. Er hat uns gut gefühlt, er hat uns sicher gefühlt, er hat uns Plätze gezeigt, wie man sonst absolut nicht sehen wird, mit Sicherheit als normaler Tourist und so dass man sich immer auf der sicheren Seite gefühlt hat. Mit seinen Babys hier, den XT 660 TTW Vites, die einen wirklich über jeden Hügel, jeden Stein bringen und Dubi schafft es gut einzuschätzen, welchen Schwierigkeitsgrad man fahren kann. Ich war mit meiner Frau als Sozius hinten unterwegs und konnte deshalb nicht unbedingt jede schwerste Motocross Passage nehmen, aber jetzt nach drei Tagen, ich bin ausgepowert, aber glücklich und freue mich, dass ich diese Tour mit Bike Live gewählt habe. Von mir gibt es fünf Sterne. Von mir gibt es fünf Sterne.